Aber guck dir halt auch die Leute an. Bowser, Bowser, Roy, spielen hier nur mit Fettsäcken, Gold Mario. Oh, fach. Clean. Dafür, dass ich jetzt schon anderthalb Wochen keine Mario Kart mehr gespielt habe, war die wirklich unglaublich klingt. Das war nicht so gut. Aber wenn man vorne wegfallen kann, dann ist das schon nice, war Marvin. Die war nicht clean. Aber ist egal, wir haben einen Riesenvorsprung. Eine rote. Oh, Gott sei Dank nicht runtergeflogen. Noch eine rote. Ja, die war ein bisschen zu schnell, Marvin. Ja. Drei rote abbekommen einfach. Sollte jetzt irgendwie mehr Deckung. Also wie lange denn? Ja, natürlich. Na, ich kann die abkürzend nicht nehmen. Ich brauch Cover. Und kriegt keiner. Die Bombe wurde mir wieder weggenommen. Ja! Hab ich den gebumst. Zweimal sogar mit dem Bummenrang. Ach, schön. Herrlich. Lazy. Moin, moin. Ey, grüß dich. Gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde im Winter. Im Winterurlaub? Ja, im Urlaub. Da sehe ich mich ja gar nicht. Oh mein Gott, was war das denn? So scheiße habe ich die Kurven ja noch nie genommen. Also ein bisschen lost ist Lackito auf dieser Strecke, wenn man da fängt man schon. Na gut, der weiß auch noch nicht, was hier ganz so abgeht. Ah, die ist auch noch, Lackito ist auch noch neu, neu auf der Strecke. Kann auch noch nicht wissen, was hier alles abgeht. Ey, da kommt die nächste Blaue. Zwei Blaue in einer Runde kassiert. Ist mittlerweile auch einfach nur noch bodenlos, was hier passiert. Am besten noch eine Blaue. Da würde ich mich eigentlich tatsächlich sehen, ja. Aber ich glaube, das war's. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Ah. Schon wieder, du. Werde ich dich überhaupt los? Also mir reicht Europa total aus. Dann einfach nach, keine Ahnung, Griechenland ist halt schön, wann? Wer ist Karl? Max. Was so der? Was macht der in Griechenland? Fall One, mein Mann. Sind wir stehe, oder? Ich fahre cleaner als Jürgen Klinsmann. Jo, wie viel Rote noch? Und jetzt auch noch eine Blaue für mich. Ja, genau. Ja, ach komm. Noch eine Rote, ja. Gib mir in meinen Pol auch rein. Immer schön rein, ne? Ja, bin ich auch einfach verdienter, verdient nicht Erster geworden. Ja, für mehr hat es nicht gereicht. Ja, sag ich mal. War halt nur der dritte Platz drin. Bis du gleich einfach nur Hops genommen wirst. Oh ja. Marvin kriegt eine Tröte. Ja, natürlich. Ey! Mann! Als ob ich die Grüne nicht mehr rausbekommen hab. Wir wollen Witz. Ja, fahr da rein, du dumme Sau. Verpiss dich. Als ob ich da reinfahre. Niemals bin ich da reingekommen an den. So lächerlich. Komm her. Gib Windschatten. Ich krieg' nen Pilz. Warum krieg' ich denn nen Pilz? Ein bisschen abgefuckt nach hinten. Mal, wir wollen noch ein bisschen abfacken. Oh, als ob! Diese dumme Fledermaus. Und es kommt keine für nen Blau, ne? Also, es ist ein Scherz. Und bei mir kommen gerade zwei einfach. Es ist einfach nur ein Scherz. So, Nam. Wo warst du? Hä? Wo warst du? Ich seh' dich nicht. Hier vorne auf den vorderen Plätzen. Nam. Wie war das nochmal? Soll ich dich zitieren? Darf der vietnamesische Junge her, dich versuchen, platt zu machen? Aha. Aha.